Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen wieder Dead by Daylight. Gegen Freddy und Nackt. Weil Naked Challenge. Willkommen bei einem neuen Versuch. Heute mit Nancy. Wow, er hat direkt den Jen getreten. Den Nancy mit einer Blend... Äh, nicht Nancy. Doch. Wir haben noch eine Nancy. Den die andere Nancy mit einer Blendgranate versehen hatte. So, wir gucken mal, wenn wir gleich in der Traumwelt sind. Was denn der Freddy so viele Addons dabei hat. Und ich hoffe, erfahrungsgemäß sind die Freddy-Runden für mein OBS immer sehr problematisch. Ich hoffe, wenn wir gleich schlafen, dass OBS da nicht sagt, nö, Kodierungsverzögerung. Und wir hier nur noch Ruckelbild haben. Das wäre unschön. Wenn dem so ist, I'm sorry. Er hat aber nix dabei an Addons. Was uns hier verlangsamt. Er hat auch kein Routen dabei. Weil der Generator hier ging nicht zurück. Glaube ich. Als ich ran bin. Für das Team. Uh, ah, das war ganz... Das habe ich gemacht. Ich bin neu im DVD. Äh, wow. Okay, egal. Es hing noch niemand. Es reicht nicht, Meg. Nice try, aber... Dafür ist er nicht weit genug gelaufen. Es könnte sein, dass er vielleicht Tüftler hat und deswegen jetzt zu dem Generator gekommen ist, oder? War das jetzt Zufall? Oh, come on. Wieso soll ich dich denn nicht erst wecken? Jetzt schlaf ich gleich, wenn wir fertig sind mit Heilen. Ich gehe jetzt nicht retten, übrigens. Ähm, ich dachte eigentlich, dass die anderen da sind. Ich suche einen Generator. Ich finde aber keinen. Hier. 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 Ja, klar. Also, ich kann gerade irgendwie gar nicht weglaufen. Ich habe das verlernt. Sonnig, hat der... Hat der vielleicht Paletten, oder was? Aber der hat ja 14. Eventuell ist da die Luke, aber das merke ich mir nicht. Auf der Map merke ich mir nie. Alles ob. Ich habe auch verlernt, wie man Free Sixties macht. Das kommt davon, wenn man kein DVD mehr spielt. Ah! Übrigens! Ähm... Nächste Woche, ja? Nächste Woche gibt es dann auch endlich das neue DVD zu sehen. Also, bezüglich eventuell einem neuen Killer, der ja am 7. September oder am 8. oder so erschienen ist. Und dem neuen Klassensystem von DVD. Das heißt ja dann nicht mal Rank, sondern Grade. Ich weiß nicht, wie die das auf Deutsch übersetzen werden. Klasse vielleicht. Nächste Woche, okay? Vielleicht sogar am Samstag schon. Ich weiß es noch nicht. Spätestens nächste Woche. Kriegt ihr aber hier dann auch endlich mal den neuen Content. Ich weiß es noch nicht. 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 Jo. Ich bin übrigens gerade... Ja, ich bin gerade panisch weggerannt, als er angefangen hat, sich durchzuporten. Aber seht mal. Ich bin tot. Am nächsten Haken. Ich kann es halt nicht mehr riskieren. Enzi ist im Tempel. Oh je. Oh je. Oh je. Ja gut. Er hat die Paletten. Er hat die Paletten. Und die hier ist schon weg. Die habe ich erst gezogen. Und die andere Nancy hing nicht einmal. Oh mein Gott. Schon wieder nicht geschafft. Wir haben letzte Woche schon nicht geschafft. Dann müssen wir aber nächste Woche bitte ein bisschen mehr Glück haben. Ich weiß übrigens schon, wen wir nächste Woche spielen in der Challenge. Wollt ihr es wissen? Soll ich es verraten? Nö. Ich verrate es euch nicht. Müsst ihr gucken. So. Schade. Nicht geschafft. Aber. Nächste Woche haben wir mehr Glück. Okay? Ich. Ich bin da guter Dinge. In diesem Sinne, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne nächste Folge wieder. Und wie gesagt, es gibt auch wirklich bald den neuen DVD-Content hier. Aber ja, egal. Ihr kennt es. So. Tschüss. Macht's gut. Schönen Tag noch. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.